so wir setzen die story hat bei Resident Evil 8 Village fort wir sind gerade am Stauseer angelangt haben auch gespeichert denke ich mal ja wir haben gespeichert und gucken wir hier mal weiter was und passiert untersuchen hier noch soviel schön spiele spielen hier hallo geht's noch okay wenn ich das Wasser ablasse ist ein Strom kein Strom nix mit Strom ich höre schon wieder was gestörtes Örtchen wieder ein steamerfolg bekommen scheinen wohl alle plumpsklos erforscht worden zu sein ich glaube die kurbe macht es nicht mehr lang okay auch die 21 vier ist wer ist schön eine Schatulle guck mal was haben wir hier genommen Kustollfragment sowas ganz billiges eh oh hier kann sein dass das Spiegel etwa kurz leckt hier zappelt hier so da ist eine Kugel so haben wir hier noch irgendwas außer das Steak na fall doch um der Wind hier umfallen ach guck mal hier ist ein netziger da war netziger dann gib mal die Kugel hier wieder alles kaputt gemacht der ist tollpatsch echt jetzt ich tollpatsch klären tollpatsch aber ich hab doch eigentlich jetzt gerade noch irgendwas bekommen oder die Magnum Munition nervt mich aber ich glaube das wird das sein was seine Schatzkiste war oder ist da sind die Arme drinnen dann gehen wir mal runter Boah warm ist es geworden komm mal die Fenster aufgemacht hat beziehungsweise die Terrassentür sind es um einen Grad wärmer geworden von 25,2 auf 26,2 Dreck scheiß Sommer da ok hier haben wir nichts da liegt hier noch irgendwas nö nup 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 und die mal hier ��fläche oho nду mal gucken das Fisch kann man denn mitnehmen ?た naja nicht Ich kriegst du nicht zu pottern. Die nervt aber echt. Ich seh nix. Sie sind tot. Neustarten. Dreck. Schwein. Zum allerersten Mal in Resident Evil gestorben. Okay, dann heißt das wohl irgendwie abwarten. Okay. Das wohl wie. Ich füße. 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 Widerlich. das das haben nicht mal die waffe aber okay die kann nicht lange aber schnell 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 ich bin der beste Oh Gott. So. Irgendein Fischi. So, dann haben wir das jetzt mal geschafft. Mann, der nervt dich, der Fisch. Das, das, das. Aber wir müssen ja hier hoch. So. Nach dem ganzen Parcours wäre es auch wieder gut zu speichern. Ich habe die Kimbukdetik noch mal zurückmachen. So, dann nehmen wir mal Messer, ne? So. 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 Das war's mit dem Boot. So. 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 Der Fisch. So. Wir nutzen jetzt mal hier die Kube. Gucken wir, was uns jetzt erwartet. Das Schleißentor öffnen. Okay, ich scheine wohl Stromgeletz zurückzuhauen. Könnt ihr hier runter springen? Oh man, der Speiser war erst mal ab. Wieso kann ich eigentlich keine Dietrische kaufen? Warum fahre ich mich? Was hast du aufgestockt? Das war alles ausverkauft hier. Okay. Mal sehen, was du auf der... So. Mal sehen, was du auf der Reise so alles findest. Mal sehen, was das gewesen ist. Hübsch. So. Blau. Mal sehen. Hä? Ne. Ach so war das genau. Wieso? Kann es sein, dass das hier verkehrt ist? Ja. Ja. Blau ist da hier unten. Das heißt also, hier muss orange hin. Hier muss orange hin. Hier muss blau hin. Und hier muss blau hin. Hier muss blau hin. Hier muss blau hin. So. So. Wollt ihr sagen? Bin doch nicht blöde. So. Schafft. Riech. Schnüffel. Schnüffel. Essen. Essen. Oh. Ja. Mal kurz gucken. Whatsapp. Klinge gerade. Ja. Oh. Oh. Das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. Jetzt wirklich komplett erstmal aufzuhören. Ja. Wir beenden das jetzt erstmal für heute. Speichern ab. Und dann spielen wir beim nächsten Mal weiter. Okay. Bye, bye.